Das ist die nächste Woche. Ich weiß nicht, dass sie nicht sehen. Sie haben sie ja selber. Ich glaube, sie haben sie auch selber. Was machen Sie jetzt? Sie kommen bald vorbei. Oder was Sie auch gesagt haben, dass wenn das am Dienstplan erinnert wird, und mir den E-Mail bescheiden sagen, wenn ich schon mal 12 Uhr, obwohl ich 16 Uhr oder habe wegen Änderungen. Dann wurde ich ja auch noch ausgeschickt. Sie meinte, Sie bleiben. Da muss sie fragen, ob es dann nicht mehr verstanden ist. Sie kam es auch gar nicht in der Nacht. Sie meinte, Sie müssen auch die Sachen bleiben. Wenn Sie das nicht passen, dann bleiben Sie. Wenn Sie etwas länger hören, dann müssen Sie sich an. Sie sind ganz schön. Ja, weil die Sachen hier auf die Sachen haben, die sind sehr wasser. Die muss ich gar nicht. So. So, so viele Sachen. Jetzt sind die Sachen, ich bin ganz schön. Ja, da ist der Fall. Ich bin ganz schön. Die Taheree. Wir haben heute ein paar Jahre lang. Hier wird es doch mal wieder runter. Ich bin sehr gut. Ich bin ganz schön. Und ich bin ganz schön. Schönen Morgen. Vielen Dank.